Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktien im Fokus mit Free Stocks und Fit4Finanzen und natürlich auch mit dem Roland Jägen, den ich gleich mal hier dazu hole. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, heute sprechen wir über was, das machen viele am Wochenende, am Samstag. Und ich meine jetzt nicht das Autowaschen, aber waschen ist schon im weitesten Sinne, nämlich vielleicht mal die Badausstattung ein bisschen optimieren, ein bisschen updaten. Da gibt es nämlich eine Aktie, die gerade sehr gehypt ist. Ja, ganz genau. Es geht wieder um eine sogenannte Meme-Aktie, die jetzt wirklich in dieser Woche hier in den Fokus in vieler Anleger geraten ist. Es geht um diese Bed, Bath & Beyond. Genau, wofür steht das Unternehmen? Ich habe schon ein bisschen verraten. Man kann es auch übersetzen um Bäderausstattung, um Küchenausstattung und so weiter. Auf der Internetseite findet man ganz viele Sachen, die man bestellen kann. Und das ist nicht nur ein Internet-Online-Händler, wie man es meinen könnte bei der Internetpräsenz, sondern für meinen ersten unbedarften Blick so was wie vielleicht das dänische Bettenlager oder sowas in der Art. Oder Matratzen-Konkord, oder? Genau, so würde ich es auch sehen als dänisches Bettenlager. Oder sogar, es geht auch so ein bisschen in die Richtung Ikea, wie man es dann vielleicht auch kennt. Ja, stimmt. Also offizielle Bezeichnung, wenn man sich Peer Group anschaut, ist Möbelhandel. Ja, also da gibt es alles Mögliche. 1971 schon gegründet in New Jersey, nicht weit von New York, weit weg liegen. Deswegen liegt es auch nahe, dass die Firma irgendwann an die Börse gegangen ist, wenn man schon in der Nähe von New York ist. Küchenhaushaltsartikel, Ausstattung für Bäder, Schlaf, Wohnzimmer und so weiter. Ja, und die findet man nur in Gewerbegebieten. Und da hast du wohl recht, das riecht verdammt nach Ikea. Ja, ganz genau. Und da sind keine typischen Filialen in den Innenstädten. Da findet man ja eher kleinere lokale Unternehmen häufig. Und die großen Ketten, die findet man dann häufig außerhalb, auch eher in den Gewerbegebieten wieder. Und trotzdem beratungsintensiv. Auf der Homepage findet man über 30.000 Mitarbeiter als Zahl. Die findet man nicht alle dort. Also schon ein größeres Unternehmen. 2005 hat man, konnte man sich gut merken, die 5-Milliarden-Marke vom Umsatz geknackt. Dann ging es rapide aufwärts 2020 sogar über 9 Milliarden. Der Hochpunkt lag irgendwo dazwischen bei 2016. Und ab da ging es so ein bisschen nach unten, weil natürlich auch durch die Pandemie die Gewerbegebiete nicht geöffnet hatten. Weil man dann weniger beratend zur Seite stehen konnte, wenn alles zu hat. Und nur der Online-Handel konnte das Ganze nicht auffangen. Genau. Über die letzten Jahre ist ja eher ein Umsatzrückgang zu verzeichnen. Hier sieht man schön, auch grafisch dargestellt, so seit dem Hoch 2018, dann eher hier ein fallender Umsatz, der immer geringer geworden ist. Und infolgedessen ist natürlich auch der Aktienkurs spürbar zurückgegangen. Warum ist uns das Unternehmen dann aufgefallen, wird sich der eine oder andere fragen, weil der nicht nur zurückgegangen ist, der Aktienkurs, sondern jetzt wieder sprunghaft ansteigt. Ich habe mal den 6-Monats-Chart hier mitgebracht. Das sieht man sehr, sehr deutlich. Wir sind wieder auf dem Niveau von März. Aber dazwischen liegt eine lockere Halbierung und dann auch schon wieder fast eine Verdopplung. Der Grund ist auch relativ schnell gefunden. Du hast es eingangs schon mit Meme-Aktien erläutert, da zählt eine GameStop rein, AMC Entertainment und so weiter. Und da geht es nicht darum, dass der Wert einer Firma auf einmal entdeckt wird, sondern eher darum, dass ausgenutzt wird, dass es viele Short-Seller gibt. Bei der Aktie ist die institutionellen Quote bei 91 Prozent, also ganz wenige Stücke im freien Umlauf. Und wenn dann ein Short-Seller sagt, ich verkaufe noch leer und das funktioniert nicht, muss er sicher am Markt quasi eindecken, die Aktien zurückkaufen. Und das treibt den Kurs nach oben und bei Short-Sellern insgesamt hat man allein im August jetzt schon fast 700 Millionen Dollar festgestellt, die sozusagen im Fegefeuer liegen. Ganz genau. Also hier scheinen sich die Short-Seller erneut verspekuliert zu haben. Es war ja auch schon mal Anfang 21 der Fall. Also auch in der Bed Bath & Beyond gab es ja schon den einen oder anderen Spike nach oben. Anfang 21 und dann auch noch mal zu Beginn diesen Jahres. Das sehen wir gleich auch noch näher detailliert im Chart. Und ja, es sind diese zwei Komponenten. Der Free-Float ist relativ klein und dann ist natürlich dieser Short-Float relativ hoch. Der lag jetzt bei der Bed Bath & Beyond teilweise um die 40 Prozent oder ähnliches. Und dann kommt es sehr häufig zu solchen Short-Squeezes. Ansonsten gibt es da eigentlich keinen wirklichen fundamentalen Hintergrund, weil erst Ende Juli veröffentlicht das Unternehmen ja katastrophale Quartalszahlen, muss man fast sagen. Es war schlichtweg fast alles schlecht. Also der Umsatz brach verglichen mit der Vorjahresperiode um circa 25 Prozent ein. Die Bruttomarge betrug auch nur mehr, glaube ich, 23 Prozent nach zuvor, 32 Prozent. Es wurde ein Nettoverlust ausgewiesen. Und sehr bedenklich war vor allen Dingen dann auch die Entwicklung des Cash-Bestandes, dass wirklich kaum noch liquide Mittel vorhanden waren und dann auch langfristige neue Schulden aufgenommen werden mussten, muss man fast sagen. Von daher einen wirklichen fundamentalen Hintergrund für diese enorme Kursrallye gibt es nicht. Ja, trotzdem steht sie im Fokus vieler Anleger. Vielleicht noch eine Warnung dazu, wenn man das überhaupt so ausdrücken darf, ist, das Handelsvolumen, das sind wirklich nicht viele Aktien, die da umgehen. Also am Dienstag, heute haben wir den Donnerstag, wurden 40 Millionen Aktien gehandelt. Normalerweise, wenn man den letzten Monat als Grundlage nimmt, ist nicht mal die Hälfte des Handelsvolumens schon ein starker Tag. Ganz genau. Also das Volumen ist in der Regel relativ gering und ist jetzt nur in den letzten Handelstagen teilweise dann wirklich exorbitant durch die Decke gegangen. Die Aktie auch. So viel kann man schon verraten. Beruhigt sich das Ganze jetzt wieder oder ist das für diejenigen, die auf eine Fortsetzung von Shortsqueeze spekulieren, vielleicht nochmal eine schöne Gelegenheit? Ja, da muss man, denke ich, auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man diese Aktie handelt. Wenn man hier zurücksoomt, hier sieht man 2021 dieses erste Phänomen, als es dann hochging, im Hoch bis zur 55-Dollar-Marke. Dann war es auch nochmal Ende Mai der Fall, dass die Aktie Ende Mai 2021, dass die Aktie hier nach oben gesqueezed ist. Und dann ist sie aber immer stärker zurückgekommen, muss man sagen. Und die Volatilität ist über die letzten Monate auch wesentlich geringer geworden. Und das sieht man, die Aktie hat sich hier über einige Wochen dann auf einem relativ niedrigen Niveau eingependelt, war fast wieder auf dem Tief. Da müssen wir dann noch weiter zurückzoomen, dass wir quasi hier Anfang 2020 hatten, quasi nach diesem Corona-Dip, hat die Aktie bei circa 3,5 Dollar gehandelt. Und knapp darüber im Bereich von 4 Dollar, in diesem Support-Bereich, ist sie dann in den letzten Wochen auch wieder zurückgekommen. Und jetzt folgte halt hier in den letzten Tagen, wenn man etwas reinzoomt, dann dieser Squeeze nach oben. Und da sieht man auch diese, wenn man hier mal so eine Trendlinie über diese verschiedenen Short-Squeezes legt, Da ist man jetzt kurzzeitig sogar am Dienstag drüber gekommen. Und auch gestern hat man wieder in dieser Range gehandelt, die wir dann auch im Frühjahr des Jahres hier im März erreicht haben. Also diese Marke von circa 27 bis 30 Dollar. Das war ein potenzieller Widerstandsbereich. Und da sieht es auch so aus, dass viele dann Gewinne mitgenommen haben. Und ich habe auch gestern gelesen, dass ein großer institutioneller Anleger, der, glaube ich, circa 10 Prozent der Anteile hatte, seine kompletten Anteile, glaube ich, jetzt verkauft hat. Von daher, ich wäre vorsichtig, jetzt auf diesem Niveau hier auch einzusteigen. Es ist natürlich möglich, dass hier auch, wie wir es auch zuletzt schon mal bei den Short-Squeezes gesehen haben, nochmal ein Aufwärtsimpuls kommt. Aber erfahrungsgemäß ist der zweite Impuls dann doch etwas kleiner als der erste. Von daher sollte man recht vorsichtig sein, wenn man diese Aktie handelt. Man sieht hier der Widerstandsbereich. Auch die technische Analyse funktioniert sehr häufig bei solchen Bewegungen. Also der Widerstand hat gehalten. Die Aktie könnte jetzt auch durchaus wieder zurückkommen bis auf den möglichen Support bei 12 bis 14 Dollar. Also der 200-Tage-Durchschnitt verläuft dort und dann auch diese horizontale Unterstützungslinie. Also es kann durchaus sein, dass die Aktie noch die nächsten Tage volatil ist. Wer die handelt, vielleicht dann doch mit einem engen Risiko und einer kleinen Stückzahl, wenn man versucht, an dieser enormen Tagesvolatilität zu partifizieren. Es sieht hier auch aktuell wieder so aus, als würden wir mit einem relativ starken Abwärtsgap hier in den Kassehandel starten. Dann in einer Stunde auf jeden Fall sieht es nach deutlichen Abschlägen hier bis in den Bereich von ca. 20 Dollar aus. Ja und neben der Chart-Technik spielen sicherlich auch die verschiedenen Foren eine Rolle, wo es heiß diskutiert wird und wo vielleicht auch die ein oder andere Info mit eingestreut wird. Also vielleicht auf einem anderen Monitor auch noch das Reddit-Forum, was ja quasi der Ursprung von Wall-Street-Bets, von dieser Bewegung war, mit im Auge behalten. Ganz genau. Also da sollte man ein Auge mit drauf behalten, wenn man solche Meme-Aktien handelt, welche da aktuell stark gehandelt werden. Man kann auch bei Google Trends nachschauen. Da sieht man auch immer sehr schön, das spiken dann auch diese Kurven nach oben, wenn man diese Aktie eingibt. Das ist auch immer ein Indikator, wie viele Marktteilnehmer da aktuell nach so etwas suchen und da auch versuchen zu investieren. Ja, wir suchen auch wieder nach spannenden weiteren Aktien im Fokus für die kommende Woche und wünschen uns schon mal ein schönes Wochenende an dieser Stelle. Genau, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao.